9 Oder diese Waffe ist zu stark Jindo Medic meine Freunde was geht ab Heute stelle ich euch die beste Waffe mit der besten Time to Kill vor Die Waffe ohne Spaß, die lasert alles, sofort alles Wir reden hier über die MP5 aus Modern Warfare Diese Waffe ist so gut Wenn ich einen Gegner mit dieser Waffe in der Hand sehe, dann denke ich mir Fuck Digger, gar kein Bock Ihr werdet sehen, wie krass diese Waffe eigentlich ist Und viel Spaß mit den Highlights Am Ende natürlich Gibt es ein Klassensetup dazu Vergesst nicht, das Video zu abonnieren Zu liken Kuss, kuss, weil ich stecke da Herzblut rein Und ich habe Bock drauf, mir macht das auch Spaß, Digger Mit der MP5 Leute zu rasieren, Digger Wollen wir die pushen, oder was? Einer ist bei uns gelandet Ja, er ist hier Korf, Mann Wo ist die Luft? Ja! Nein! oh ich habe die kulette gegeben digger nein die leute sind ja einer ist immer noch genau über mir oder der fack mich so aber ein letzter noch hier bei mir bei mir ist da drin bis Bistig Junge, gebumst hab ich hier Ich hab seine Mutter gefickt, ich hab ihn so outplayed, oh mein Gott, oh mein Gott, was hab ich mit dem gemacht, Leute, was hab ich mit dem gemacht Guck, ich sag er, MP5, ne? Hier, Striker 3-1, alles klar, Luftschlag im Anflug Auto genommen von mir, ausgestiegen Ich will flash, ich will flash Er ist hier rechts, er ist hier rechts Er ist hier hinter der Hütte 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 Ich hab die gelasert, Hura Wuhuhu Ein Knock Ah, ich sag's mal, mit Sniper kein Schuss, ja Aber nur einen oder zwei, ne? Pass auf Von hinten auch Hab ihn Von hinten, von hinten, von hinten Ich bin gefickt, Bruder, ich pushe mich Ich bin vorne Türbrake, Cabin Hast du einen davon? Let's go, Junge Outplayed, Digger Oder ich und Sniper andere Dinge. Kein Spaß hier, oder? Oh, hinter uns, hinter uns! Ich zieh ihn aber nicht. T-Break? Nock. Der ist der Beste, Bruder. Shit-Break. Oh, Stark, Bruder. 15 Meter vor mir. Bruder, Dicker. Das wollen die, ne? Ja. Moment, Bruder, es gibt zwei K.O.s, Digga, Junge. So, meine Freunde, kommen wir jetzt zum Klassen-Setup von der MP5 aus Modern Warfare. So, wie zocke ich sie? Hier, ich zocke die Variante Verbanner. Weiß nicht, ich finde sie sieht nice aus. Clean, schwarz einfach mit diesen Bändchen. Hier ist natürlich. So, ich zocke sie mit dem Mündung. Schalldämpfer Monolith. Laser, 5 MW Laser. Schaft, FTAC, Klappbarschaft. So, warte mal, ich mach mal kurz Cam weg, dann seht ihr das. Zack, FTAC Klappbarschaft. Dann zocke ich hier das Magazin. Das letzte. Und extra Fingerfertigkeit. Diese Klasse hat eine schnellere Time2Kill als die jetzige OTS. Vertraut mir, auf Nahkampf ist diese Waffe ein Biest. Also das ist zu einer Million Prozent zur Zeit die Meta. Diese Waffe würde ich aber allerdings dann mit der Krieg 6 hier zocken. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wenn ihr wissen wollt, wie man die Krieg zockt. Gerne das Video abchecken. Oder halt mit einer Snipe. Äh, hier. Jo, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Der Grinds real. Ihr könnt mich gerne damit unterstützen, wenn ihr ein Abo da lässt. Kuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.